Freunde, heute gibt es wieder eine weitere Folge Street Fighters. Dankeschön, dankeschön an jeden Einzelnen. Ich weiß, den wird's hab ich noch nie gemacht. Kuss, kuss, kuss an jeden... Okay, das wäre echt unlustig, sei ich ehrlich. Okay, okay, Freunde, vertraut mir. Das heutige Video ist mal wieder eine absolute 10 von 10. Aber, Freunde, ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ich in jedem Video immer das Gleiche sage? Natürlich grüßen wir auch heute wieder wie in jedem Video drei aktive Zuschauer, die im letzten Video das Quiz richtig hatten. Heute ist der liebe WildcardFN, der liebe Palme Malik und der liebe Real Simon. Kuss geht raus an euch drei. Freunde, falls auch ihr in diesem Video gegrüßt werden möchtet, dann lass dir so mit deinem Like da, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert unbedingt die Glocke. Schaff mir auf das Video die 2000 Likes und beantwortet jetzt das folgende Quiz unbedingt richtig. Welcher dieser Skins hat im letzten Cobra Kai Video den Schiedsrichter erpresst? Ist es A, es war der Snake Eye Skin. Ist es B, es war Joint... Joint, ja, mein... Ist es B, die Antwort ist Leutnant John Lama. Oder ist es Antwort C, es war der Hybrid Skin im schwarzen Stil. Falls ihr die Antwort kennt, dann schreibt sie mir jetzt unbedingt in die Kommentare rein. Und jetzt, Freunde, benutzt bitte meinen Creator Code im Item Shop, Mann. Und viel Spaß, Digga. So, perfekt. Endlich fertig mit meinem Toilettengang. Und, oh, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss schnell zurück zu meinem Dojo. Und dann müssen wir direkt anfangen mit dem Training, weil ich meine, der Kampf beginnt als nächstes. Und wie wir alle wissen, Leute, als nächstes ist mein Kampf. Okay, na los, ganz schnell zurück. Wir sind gerade immer noch im Turnier. Und, äh, wartet mal, Freunde. Was macht denn bitte mein Trainer da? Äh, ich gehe mal direkt hin. Ey, yo, Trainer... Äh, oh, er redet gerade mit dem Schiedsrichter. Äh, wartet mal, Freunde. Was sagt er da bitte? Ey, falls du meinen Schülern keine Punkte mehr gibst, gibt es hier Stress? Okay, alles gut. Ich lasse sie schon weiter. Du lässt sie nicht mehr weiter. Du lässt sie gewinnen. Hast du mich da verstanden? Ja, mache ich. Ähm, Freunde, wartet mal. Mein Trainer erpresst gerade einfach den Schiedsrichter. Oh nein, oh nein, das kann nicht sein. Er erpresst und bedroht ihn einfach. Ähm, okay, ich muss schnell verschwecken, solange das Gespräch noch andauert. Hör mir zu. Du lässt alle gewinnen. Hast du mich verstanden? Okay, okay, aber bitte nicht mehr schlafen. Oh Mann, Freunde, das kann ja gar nicht sein. Mein Trainer ist echt so böse. Es ist ja von uns schon bekannt, dass wir allgemein so ein bisschen böser sind, aber dass mein Trainer so etwas macht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, hör zu, Auxi, du versteckst dich hier einfach. Oh nein, er kommt, glaube ich. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ich stelle hier hoch. Ganz leise sein, Mann, ganz leise sein. Besser so für dich. Ich gehe jetzt auf Toilette. Hast mich da verstanden? Und schauen, was meine Schüler machen. Oh nein, ey, das kann nicht sein. Jetzt sucht er mich auf der Toilette. Ähm, okay, ich muss hier schnell versteckt sein. Zack, fertig. Okay, ich gehe da mal hin. Ey, yo, Schiedsrichter, alles klar. Was machen Sie denn gerade da? Oh Mann, Leute, er sieht da total verzweifelt aus. Ähm, ist alles gut bei Ihnen? Ist irgendwas, was passiert, solange ich weg war? Nein, nichts ist passiert. Alles gut. Ähm, ist echt alles gut? Ganz sicher, haben Sie da irgendwie schwarze Flecken im Gesicht? Ist sicher, dass alles gut ist bei Ihnen? Ja, ja, alles gut, wirklich. Okay, okay, okay. Hört zu, ich lasse euch alle weiter. Und bitte sagt dem Trainer, dass ich alles mache, was ihr sagt. Ähm, ja, ja, okay, alles klar, Mann, Mister. Machen wir ja schon. Okay, das Spiel beginnt Ihnen im Moment. Ihr müsst das ja moderieren. Dann sehen wir uns gleich, ja? Ja, bis gleich. Äh, bis gleich, alles klar. Oh Mann, Freunde, der arme Mann, er hat total Angst wegen meinem Trainer bekommen. Okay, ganz ruhig, Oxi, hör mir zu. Ähm, warte mal. Oh, das Channel hat sich ein bisschen mehr gefüllt. Hier sind ganz viele Zuschauer. Und als nächstes ist mein Kampf dran. Ich weiß es ganz genau. Mein Gott, da kommt ein Cobra Oxi. Oh mein Gott. Stimmt, der kommt da, Leute. Schaut mal. Oh, yo, 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 was geht ab, Mann, was geht ab? Oh, äh, Leute, woher kennt ihr mich denn alle? Kennt ihr mich von meinem großen Kampf? Yo, hi, was geht ab, Mann? Heute ist mein Kampf, Mann. Willst du ein Autocon geben? Äh, ja, klar, Leute, später, okay? Ich muss jetzt erst mal zum Kampf gehen. Bis gleich. Yo, du bist doch der Typ, der mit dem großen Kampf gewinnt hat. Oh, äh, ja, ja, klar, genau, mit diesem einen Mädchen, wo ich diesen heftigen Kampf hatte. Oh, Leute, die kennen mich alle wegen diesem einen Kampf. Der hat den Kampf, glaube ich, sogar in der Zeitung. Okay, na los, weiter geht's, weiter geht's. Na los, ey, Leute, was glaub ich bin denn nicht da? Ja, Oxi, du musst schnell kommen, der Kampf beginnt gleich. Ja, ja, Bro, ich komm mir schon immer mit. Ah, zack, wer kämpft noch mal als nächstes? Oh, stimmt, ich bin ja der nächste Kämpfer. Ähm, aber wisst ihr schon, wer bei dem Yagi-Dojo kämpfen wird, Leute? Nee. Oh, okay. Herr Axi, ich will kommen zu dem großen Kampf heute. Ja, Oxi, du gewinnst das. Oh, Mann, Mann, ey. Als nächstes kämpft Oxi, Kai und Tork. Wir wünschen beiden Teilnehmer viel Glück. Jetzt ist mein Kampf dran. Oh, Mann, da vorne ist mein Gegner. Okay, hört mit zu, Leute, wünscht mir Glück. Ich werde das Ganze gewinnen, okay? Für unsere Freundschaft und für uns, Leute. Ich werde das Ganze schaffen, Mann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich sowieso gewinnen werde. Ähm, Mr. Trainer, wo waren Sie? Wenn ich fragen darf. Äh, ich war auf Toilette. Auf Toilette? Ja, ich war dort, aber ich habe dich nicht gefunden. Bist schon davor rausgekommen? Und hast du irgendwas gehört? Ähm, ja, habe ich, in der Tat. Äh, was denn was, Sam? Oh, Mann, Freunde, schau dich an, wie er anfängt zu schwitzen. Ach, egal. Ähm, ich habe nichts gehört, Mann. Alles ist gut. Okay, Jungs und Mädels, wünschen wir auf jeden Fall viel Glück. Ja, Oxi, wir wünschen dir richtig viel Glück. Du schaffst es schon. Danke für eure Motivation, Leute. Ihr seid die besten, Mann. Okay, los geht's, Mann. Ich werde es ihm sowas von zeigen. Hör mir zu, Kollege Schnirschuh, ich werde dich heute sowas von fertig machen. Okay, Nuss, wir müssen alle an die Ecken gehen. Schnell, 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 schnell. Ich werde dich fertig machen. Das glaubst auch nur du, Mann. Oh, Mann, wenn er, wüsste, dass der Schiedsrichter manipuliert wurde. Okay, ich warte, bis der Kampf losgeht. Mach mich stolz, Junge. Alles klar, Mann, der Kampf beginnt hier. Im Moment, ich würde sagen, eins, zwei, drei, der Kampf beginnt. Komm, ja, Mann, Angriff. Ich werde dich sowas von fertig machen, meine Taktik ist einfach über dich zu springen. Bam. Jetzt habe ich den Highground Anakin. Jo, was laberst du, Mann? Wie, was laber ich? Passt lieber auf auf meinen Kick. Hä? Äh? Oh, warte mal, schnell ausweichen. Und jetzt kriegst du sowas von dem Kick. Na los, na los, Trick. Bam. Na, wie hat dir das geschmeckt, Mann? Jo, Digga, das war doch nicht dein Ernst, ey. Jo, natürlich war das mein Ernst. Oh, Mann, warte mal, was macht der für einen Kick? Ach, na los, zack, aua, Mann. Ah, das hat schon weh, aber ich bin ziemlich noch ausgewichen. Okay, hör mir zu, Mann. Wer bist du, Mann? Und wie, wie, wie willst du gegen mich gewinnen? Sag's mir schon. Jo, Roxy, du willst das gewinnen. Jo, wie glaubt man dich? Na los, kämpft weiter. Oh, warte mal, äh, aua, Mann. Oh, Mann, ich muss auf jeden Fall gewinnen. Meine ganzen Zuschauer, da zählen auf mich. Und meine Mama ist recht. Okay, hör mir zu, Mann. Du wirst diesen Kampf nicht gewinnen. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Denn mein nächster Kick wird dich umhauen. Komm her, Mann. Hä? Äh, und jetzt nimm das hier. Hä? Bam. Ah, und eigentlich kriegst du noch direkt hinterher. Hä? Äh. Ah. Und du kriegst direkt noch einen. Hä? Äh. Ah. Aua, Mann. Oh, äh, hab ich ihn verletzt? Ey, warte, wir haben recherchiert. Genau, wir haben ein bisschen über den Gegner recherchiert. Äh, okay, Leute, was meint ihr denn? Ey, das sind seine Tricks. Er tut so immer, als ob er geschwächt ist. Aber danach fetzt er dich tot. Ey, jo, warte mal, was meint ihr? Ähm, warte mal. Oh, nein, sie hatten recht. Ah, ah, Mann. Oh, Mann, ich bin voll weggeflogen. Und du kriegst noch einen Mann. Oxy, pass auf, von hinten. Oxy, von hinten. Ich brauch dich doch noch. Ich brauch noch Kindergeld. Oh, Mann, tat das weh. Ey, jo, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, 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 oh, Mann. Ah, 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 ah. Nimm den Boxer, Junge. Bam, 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 bam. Ah, ah, oh, Mann, ey. Ich muss irgendwas tun. Ich bin komplett aus einer Kombination drin. Okay, mir bleibt keine andere Wahl. Hä? Oxy, du musst raus aus deiner Kombination. Yo, pass auf, Bro. Oh, nein. Ich hab in meine Hose pipi gemacht. Ah, oh, Mann, was soll ich machen? Ah, warte mal. Was sagte mein Sensei damals noch einst? Alles klar, ich probier's. Okay, warte mal, Sensei. Warst das nochmal gut? Oxy, du musst deine innere Ruhe finden, indem du den Ball auf deinem Kopf balancierst. Alles klar, ich probier's ja schon, aber ah. Oh, Mann, der Ball ist mir runtergefallen. Ich werd das niemals schaffen. Was soll ich denn machen? Nie aufgeben. Irgendwann kommt der Tag, wo du schaffen wirst und die Harmonie finden willst. Warte mal, der Ball ist wieder zurückgekommen. Sensei, wie konnte das Ganze passieren? Das ist die Kraft der inneren Ruhe. Die Kraft der inneren Ruhe? Wie, wie meinst du das, Sensei, beziehungsweise alter, weiser Meister? Hör zu, wenn du dich in einer aussichtslosen Situation befindest, fang einfach an zu tanzen. Ähm, alter, weiser Mann, ich soll einfach anfangen zu tanzen, ist das richtig? Genau richtig gehört. Alles klar, ich werd's mir merken. Fange einfach an zu tanzen. Fange einfach an zu tanzen. Fange einfach an zu tanzen. Hä? Äh, äh, komm her, Mann. Hä, bam, 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 da. Oh, was waren das denn für Moves? Oh, äh, warte mal, alter, weiser Mann. Was machen Sie denn hier? Wie sind Sie denn hier hingekommen? Ich dachte, Sie sind verstorben. Sehr gut. Du hast dir meine Tiefs also gemerkt. Ich habe dir doch gesagt, vertrau mir. Oh Mann, alter, weiser Mann. Kann ich noch ein bisschen mit Ihnen länger reden? Nein, Orksi, das geht leider nicht. Der Tote wartet auf mich. Aber ich wünsche dir viel Glück bei deinem Kampf. Aber alter, weiser Mann, warten Sie. Ah, oh nein, er ist verschwunden, Mann. Ähm, aber habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Noch hast du nicht gewonnen. Oh, was ne Glanzparade. Was ein Kampf heute. Er hat einfach angefangen zu tanzen und dann hat er ihn besiegt. Was eine unglaubliche Kraft. Was hat er bitte genommen? Mach ihn fertig. Ich hab gewonnen. Ähm, alles klar, die Zuschauer rufen zu mir. Ähm, soll ich ihn jetzt echt besiegen, Leute? Seid ihr sicher, Mann, Zuschauer, soll ich ihn fertig machen? Ja, ja, ja. Mann, was sagst du, Mann, soll ich ihn echt jetzt besiegen? Ich meine, er liegt doch schon am Boden. Bin juckt, besieg ihn einfach. Sonst kriegst du kein Geld mehr. Ähm, alles klar, ich würde sagen, das war jetzt wohl dein Ende, Kollege. Komm her, Mann. Häh, äh, äh, bam, ey. Und einen kriegst du noch. Komm her, Mann. Häh, äh, äh, bis du im Aus bist. Zack. Und noch einen kriegst du auf jeden Fall. Häh, äh. Das habe ich dir nicht gelehrt. Oh Mann, stimmt, aber egal. Häh, äh. Äh, so, ich glaube, ich habe eigentlich gewonnen, oder nicht? Ich glaube, es ist endgültig. Der Gewinner ist... Der Gewinner ist... Warte mal, da tut sich was. Oh Mann, jawohl, ich habe gewonnen. Äh, warte mal, was? Äh, warte mal, was ist das? Ah, ah, ah. Noch ein. Ah, aua, Mann. Und er macht noch einen Kick. Nein, nein, nein. Ah, oh Mann, was macht der? Du riechst noch ein und noch ein. Das war meine Taktik. Oh Mann, ein Wendepunkt in der Geschichte. Verflucht, Oxy, du musst das verdammt noch mal schaffen. Oh Mann, bitte mich noch einen Schlag. Warte mal, Peace. Nein, ah. Aha, du bist fast besiegt. Oh nein, wir haben verloren. Oh Mann, das ist das spannendste Kampf, den ich je gesehen habe. Oh Mann, das war es, Mann. Aber wenn ich verliere, kommst du mit? Oh, warte mal, du hast mich mitgezogen. Ah, ah. Oh Mann, wir sind beide auf der schwarzen Linie. Oh Mann, beide Kandidaten sind auf der schwarzen Linie. Ah, Mann, hast du ganz klar gesehen, Oxy Kai war früher auf der schwarzen Linie. Wir haben gewonnen. Genau, das hat man doch ganz, ganz klar gesehen, Mann. Ja, Mann, man hat das genau gesehen. Wir haben leider verloren. Ah, 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 Mann. Aha, der hat voll gewonnen. Das sieht ja ganz so aus, aber auf jeden Fall gut gespielt, Mann. Hä, warte, was sagt der Schiri da? Du auch. Und der Gewinner ist Cobra Kai. Was? Haha, mein Plan ist aufgelassen. Halt, stopp, der Kampf wird abgesagt. Äh, warte mal, der Tournamentleiter, was macht der denn hier? Der Kampf wird hiermit aufgelöst. Und zwar unverzüglich. Mein Name ist Jackie Chan. Der Fluch, Jackie Chan ist schon wieder hier. Dieser Mistkerl. Oh Mann, verdammt. Jackie Chan ist hier. Er wird jetzt den ganzen Kampf auflösen und zwar alles umsonst. Oh verdammt, Mann. Sie haben mich einfach erwischt, wie ich betrogen habe. Ich glaube, die werden mich jetzt einsperren. Aufgrund fehlerhafter Spielweise wird Cobra Kai aus dem All-Valley-Kampf disqualifiziert. Oh Mann, ey, Freunde, was hat mein Trainer nur gemacht, weil er den Schiedsrichter betrogen hat, beziehungsweise bedroht hat, wird jetzt einfach gefangen genommen. Das heißt, er wird eingesperrt und wir haben komplett verloren. Das heißt, alles war umsonst. Verdammt, ich habe doch den Schiri gesagt, was passiert, wenn er nicht auf mich hört. Sobald ich aus dem Knast raus bin, werde ich ihn so zusammenhauen. Das werden sie nicht tun. Sie sind verhaftet. Oh Mann, Trainer, er hättest du einfach nicht betrogen. Das kann ja wohl nicht sein. Oh Mann, jetzt wird er echt verhaftet. Warte mal, Mom, hör zu, es ist nicht so, wie es aussieht. Es tut mir echt leid, ich habe nichts damit zu tun. Ich wusste es nicht. Ihr habt extra betrogen und den Schiedsrichter bestochen. Nur, dass sie gewinnt. Nein, 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 Mom, hör zu, ich wusste davon nichts, ehrlich. Wenn wir zu Hause sind, bekommst du so einen Schlappen ins Gesicht und kriegst fünf Jahre lang kein Handy. Ey, yo, Mom, jetzt warte doch mal, ich wusste davon ehrlich nichts. Schau mal, mein Trainer wird gerade verhaftet und ich wusste davon nichts, Mann, wirklich. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuzuziehen. Wenn sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird ihnen einer gestellt. Oh, Mann, Mom, was ein Tag, ey. Okay, lass uns nach Hause gehen, ja? Ja, ja, mein Sohn, lass uns lieber nach Hause gehen. Alles klar. Ich mach dir dann, ich mach dir dann Pelimini zu Hause. Alles klar, boah, voll Bock auf deinen Schokopudding, Mann. Kuss, kuss, vielen, vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Falls ihr eine Folge verpasst habt, dann checkt einfach mal jetzt die Playlist hier ab. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und schreibt gerne noch in die Kommentare, falls ihr noch ein paar sehen wollt.